hey leute was gibt es zu neuen lassen von mir euer jama julian und ja wir spielen ja hallo ja auf jeden fall weißt du was ich hab eigentlich gar nicht keine turniere mehr ich will ja auch lange weide gezockt warum ich keine mehr zocke warum ich zocke nur turniere auf pc außer sind du turniere wie mit matze dass er mich braucht oder sport aber kein solo weißt du warum warum auf pc krieg ich das easy alles in einer halben stunde fertig ich brauche ich locker mal eine stunde bis zwei stunden mehr ah ja ich bin auf pc noch gar nicht so gut also mal kurz auf youtube ist Raubüberfall drinnein nein heute habe ich gehört Disco Dominanz ich habe gesagt der Raubüberfall kommt rein ich habe aber nicht warum nicht der guckt sich immer die Datenpfeiler an und die Fettung auf vielleicht kommt er so rum danach sagt rein er auf jeden Fall morgen oder heute war er und wir gehen auf jeden Fall wieder exklusiv gelohnt hast du wie man von letztem Mal eigentlich wird gebacken welche Raubüberfall ja er meinte sie kommt vielleicht nochmal rein nein die war limitiert dass man die nochmal freischalten kann hat er gesagt nein kommt nicht rein wird wahrscheinlich reinkommen wir gar nicht selbst Epic Games hat gesagt dass die limitiert bleiben wird und wenn Raubüberfall reinkommt dann kommt eine neue Spitzverkehr also haben die so gut mal gesagt ja ich brauche die auf die ich habe mir die Daubefalle vertreten auf die eine Aufgabe das 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 ob man was so muss geben nichts Neues. Ich und meine Arbeitskollegin, von denen ich wahrscheinlich Voselner geworden bin, ne? Ja? Er und ich, wir saßen heute so hinten auf uns, auf uns Reifen, ne? Und haben uns einfach links, haben uns einfach YouTube angeguckt, Digga. Ohja, moin. Und er hat mir dann... Ja, und dann sind wir auf Patchen aufgegangen und haben uns die durchgedehnt. Er hat mir die vorgelesen und ich guck den Schild in meine Geräte auch. Letzte Woche, was er von mir bekommen hat, dass er mir das nicht vorgelesen hat, weil ich keinen Bock hatte selber zu gucken. Was? Ich hab heute auch geraucht. Wow. Ja. Die Lunge brauche. Okay. So, ein Punkt. Komm. Oh, bitte, bitte. Ich bin so aufgeregt. Wollte auch nicht eine Runde geschafft und gestern auch nicht mehr so viel. Gestern hab ich einfach nur noch Play. Äh, Clay. Ja, ist da. Zack, dann gehen wir direkt mal vor. Ach, ne, nicht auf Video. Ich streame seit... Gar nicht. Steht hier. Schade. Doch vier Minuten und 25 Sekunden. Ich guck mal rein. Ich guck mal rein. Ich guck mal rein. Ich guck mal rein. Jo, hallo. Ich guck mal rein. Und dann Layout. Watt? Banner vegan. Ach, fick das Banner, Alter. Layout, sag ich. Probeisch nicht. Ich guck mal rein. Du musst ja rein schreiben, Wannzustüge für gerade für Zuschauer. Du siehst du? Ey. Du hast am besten als Hintergrund. Du hast am besten als Hintergrund. Du hast am besten als Hintergrund bei deiner YouTube-Welt noch. Ich weiß. Ja, sowas sollte ich eigentlich geschissen bekommen. Oh, ich hab's selbst. Ich weiß. Ja, sowas sollte ich eigentlich geschissen bekommen. Ich weiß. Ich weiß. Digga, weil dein Hintergrund ist einfach mal grau. Ich weiß. Ach, Digga, sag nicht die ganze Zeit, ich weiß. Okay. Ich weiß. Ich hab jetzt mal runtergegangen, weil ich das umsackige Daich immer mal. Dann wenn ich es nochmal höre. So. Okay. Ula! Der Lurl. Legg ich doch irgendwann mal, sonst ist die Fieh wieder. Wenn ich die Fieh wieder ab. Aber ich hab eigentlich nur noch ein altes Letztophil stehen. Von daher. Da muss ich nur das Mario-Bot einmal reinlegen, Liga. Irgendwie ist in meinem Eis... Oh, geil, das haben Sie wohl das Date gehabt, wie gesagt. Lass mich ein. Warte. Ich wollte einen alten Job, wo du mal was sagst. Ich würde was geiles sagen. Ne, 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 ne. Einige Spieler haben eventuell ein höheres Pink. Nach dem Catch achten wir. Wir versuchen. Wir versuchen. Ja, moin. Ich muss das auf Laptop machen. Ich muss das einstellen. Dann hätte ich die Einfluss einfach noch reinbekommen. Oh, das ist scheiße. Ich finde, die Edith-Agenne sieht so scheiße aus, Liga, irgendwie. Nein. Doch. Weißt du, davor sah die irgendwie gefährlich aus und jetzt sieht die so, ähm, wie soll ich sagen, so süß aus, Liga. Hier, das liegen ja. Nein, 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 nein. Hier, komm, eigentlich für die Wiese. Wo ist mein Scream? Liga, oh, siehst du. Ja. Schick dir einfach den Link auf, äh, Ding. Ne, ich war grad, ähm, nur woanders gucken, nur ich muss grad Chat gucken, was. Geil, ich, ach du Scheiße, ich wollte gar nicht sagen. Ich sollte von Nikita, kennst du ja, ähm, Hi sagen. Ist der, ist der in Chat, Digga, oder was? Na, ja, ja, bei mir. Ach, Digga, ich wollte grad auch Winky Mode machen, Digga. Ja, was geht, Nikita? Weißt du, du musst einfach mal sagen, du musst einfach mal den Kollegen sagen, die sollen einfach mal die Links an andere Freunde weiterschicken, dass sie reingucken, verstehst du? Dann, ähm, das so ein bisschen mehr, mehr, weißt du, wie ich meine? Fame bekommen. Ne, mehr Reichweite. Nicht Fame, Digga. Fame, was für Fame, Digga. Du bist ja, mit dir, von den Leuten bist du, bist du, bist du eine Star-Welt, Digga. Ja, normal. Oh, wie viele Mets liegen denn hier, Digga, da kann ich ja einen Freelay installen. Ja, da kann ich irgendwie. Wo wir hin? Heimatort. Heimatort, okay. Dein Spot, meinst du, ja. Geil im Basis. Ja, auf dem Leben, Digga, auf. Ist Nikita im Mod, oder was, bei dir? Nein, nein. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich ein Mod bin, Digga, ich weiß gar nicht, ob ich ein Mod bin, Digga. Ja, bist du. Ja, moin, Digga. Ich bin ein Mod, Digga, live. Speichern unter Dokumente. So, ey, Digga, du hast mir den größten Mods in mein Leben erfüllt. Ich wollte immer ein Mod sein. Und jetzt bin ich. Ach ja, moin. Ach ja, moin. Söden wir die Pampus-Trainer-Huren-Somber. Ja, moin. Digga, die hat dir mal irgendwas aus dem Geunen und Automat. Ja, kein Bock. Digga, der hat irgendwas, warum hat der schon so viel Metz oder was aus dem Geunen und Automat? Nein, mittlerweile ist der Automat kostenlos. Sobald du etwas... Ich hab mich voll erschreckt, Digga, woher der auf einmal herstellt. Sobald du da etwas rausholst, ist das kostenlos und der Automat geht Geld kaputt. Ja, moin. Ach ja, ich hab neue Steals bekommen. Für diese Motorradfahrer, dann hab ich einen bekommen. Geil, das gefällt mir schon mal. Motorradfahrer, zeig mal. Weiß und, äh, kennt ihr diese Motorradfahrer? Ich hab damals, äh, ich hab über 2. Einmal, ähm... Wo ist denn die Skins? Ah, da. Einmal der hier. So ist er normal. Und, äh, aus, wenn, äh, wenn er verwandelt ist, sagt er. Ah, ja, moin. Und, äh, die hab ich auch noch gegeben. Ich fand beide damals irgendwie geil. Guck, und die sieht so aus, Digga, die sieht heftig aus ohne Helm. Och, Mann. Ja, was ist das? Nochmal. Ja, moin. Ich muss auch für irgendeine Aufgabe für die zweite erledigen, Digga. Ja, moin, dann nehm ich wieder meine Future Skin, Digga. Die zweite, das zweite Vibe ist blond, Digga, unter den Helm. Warte mal ganz kurz, wo, wo sind die Aufgaben, Herausforderungen, Deal, da muss ich. Moin. Geil. Ach so, ja, ja, ich hab schon verstanden, wie das geht. Auch muss Runden spielen, um sich die, äh, Style 2 zu scheiden, oder? Kann sein. Ja, okay, dann spiele ich noch eine Runde, und danach müsste ja der andere Teil auch. Also, ein. Guck mal, gap. Ja. Och, juch. Uff. Aber wie geht, ich will Absolut, äh, Stufe 38 jetzt, will ich, ja, bei der Kopf. Ich bin 39. Weiß ich. Es fehlen noch drei Sterne, Digga. Ach, du hast den Kleider schon? Yes. Und, wie ist er? Ich kann sagen, hab ich noch nicht gespielt. Ja, Digga, du wolltest ihn unbedingt haben, und dann, äh, spielst du ihn, ne? Ja. Digga, ich hab mich auch schon gewundert, warum der eine zum Automaten geflogen ist. Keine Ahnung. Ne, ne, der hat sich eine Waffe geholt, wenn's kostenlos ist, Digga, dann fliege ich da gleich auch an. Ne, was weiß ich gar nicht. Ne, was weiß ich gar nicht. Da sind ja immer ein Automaten, sind ja immer drei Items, ne? Da ich das mal richtig verstehe. Kann man sich eins aussuchen, oder, ähm, wie das so random, äh, labern, A-K, A-K, ein grün, Digga, geil. Digga, ich bin auch gerade voll überrascht, wo ich das Gameplay gesehen hab, wo ich gesehen hab, wo, äh, wo du bist genau, durchwendet. Alter, ich bin jetzt diese Elite-Agentin in diesem Design. Ist der das hier, oder was? Oh, wir haben einen neuen Vlog-Ort. Ja, ja. Hoodies Vlog. Hoodies Vlog, oder so. Ja, Hoodies. Digga, weißt du, weißt du, was er glaubt, äh, weißt du, wenn er dumm ist, hat er sich eine P90 geholt. Wenn er eher slow gewesen wäre, hätte er sich die Pump geholt, die da noch drin war. Welch auch schon mal war es denn? Ein Goldener. Ist keine, aber. Nee, diesmal nicht. Zum Glück, Digga, ich hatte gerade richtig, äh, mein Herzinfarkt des Lebens bekommen, Digga. Nein, 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 er hat die Pump, die ich haben wollte. Und ich muss weg. Höh? Ah! Die kommt aber oben aufs Dach, du! Ach, wie kommt der oben aufs Dach? Wie? Kann mir das immer jemand sagen? Alter, dieses Sound, Alter. Ist er auch mal auf dem Dach gelandet, der mit der Pump? Ah, Alter. Alter, wie will ich die Pump machen denn? Ja, 36. Was ist denn das, Digga? Muss ich mir auch noch vordrängen gewöhnen, Digga, sorry. Ich dachte, die, ich dachte, die wäre immer noch so heftig wie damals. Dass die nur limitiert wurde. Nein. Ich raste einfach nicht, Digga, dieses Gameplay, Alter. Hast du einen hohen Ping, Digga? Nein, manchmal. Ja. Ja, weil da fehlt Ping-Probleme unten. Ja. Ja. Eventuell, einige Spiele haben eventuell eine Interaktion. Hm, nach diesem Patch. Nach dem Patch. 8.1. Wir überprüfen es. Ja, wir versuchen dies, meine ich. Kommt in die Army, kommt, werdet Mitglied. Digga, er hat sich meine Pump geklaut, der war das auf dem Dach, hat er eine Pump, ne? Ja. Und du wolltest dir einen Biggi holen, ne? Ja. Nö, ich würde es ja nicht schaffen, warum er auf dem Dings gelandet ist. Ey, übrigens eine Frage mal ganz kurz, ne? Ähm, gibt es noch die Shaggy-Nap der SMG? Ja. Perfekt, weil ich die gerade nirgendwo gesehen habe. Ja, okay, Digga. So, meine dritte Runde, jetzt hier sitze ich. Ey, weißt du, was Kommi nicht glaubt, Digga? Was? Kommi glaubt nicht, dass man, ähm, wie heißt das? Äh, in die gleiche Lobby von anderen Kollegen kommen kann, im Solo. Ja, doch. Ey, glaubt das nicht! Ich hab das auch schon mit Matze gemacht, aber, äh, auf PC damals. Aber wir haben so getan, als, weißt du, was wir gemacht haben, Digga? Um dieses, äh, weil damals war es ja noch, glaub ich, ein bisschen heftiger mit diesem Schieße, äh, Anti-Schieße-System oder Teaming, ne? Ja. Heute juckt das fast keine Sau mehr, Digga. Das war das, was jeder YouTuber macht. Auf jeden Fall, ähm, wir haben uns so, äh, wir haben uns gegenseitig immer einen Schuss in die Richtung von anderen gemacht. Oh, ja, moin, Digga, das ist ein lilaner Automaten, die sehe ich, ich bin was neun. So, da war immer nur drei Jump-Heads so drin. Ja, hab ne neue Pump. Ja, fick dich. Wenn du ne blauer hast, tauschen wir. Ich hab gar keine Pump, du willst bald. Ja, geil, sogar. Ich brauch keine Pump. Ja, gut, da. Dann suche einfach ne grün, dann geb ich dir die schnell. Ach, der geht mir kein Mess. Junge, ich bin so fett, um da durchzukommen. Ah, geht doch. Ach, der geht mir lieber ne R mit einem Schuss, äh, Bullshit-Wasser. Wenn ich selbst ne Pump finde, geb ich dir die auch. Ich hab eine Kanzlei kommt. Ja, warte. Ich hab mir eine Paletti gegönnt. Ja, die andere ist so wichtig, was? Ja, die andere ist so wichtig. Ja, moin. Digga, ich bin absolut glücklich mit meinem Loot, Digga. Was hast du für Loot? Hast du Mini? Ehe, klar. Ich hab noch rum... Ja, okay. Wer ganz sicher zum Wig liegt... Aber lass dir, guck. Lass dir. Ach, ja, moin, Digga, wie das aussieht. Das hab ich gerade gar nicht in der Ecke gesehen, Digga. Ja, moin. Ich bin voll begeistert, Digga, gerade. Ja, ja, moin. Mich kann man nicht leicht bege... Oh, doch. Komm an. Da ist ne SMG. Damit kann man mich extrem begeistern. Ja. Sind die Gegner unten? Komm. Ach, Digga, meine App ist wieder... Ich haffe es. Wenn du grad nicht geschossen hast, ja. Da hab ich geschossen, ja. Wenn du nicht maximafogiert bist. Ach, hier sind keine Gegner, da oben ist noch die Kiste und da liegt noch Frammoni. Digga, kannst du ein Medikit mitnehmen? Ja. Nein. Ich hab... Ich hab... Ich hab nur zu gut. Sie waren Gegner. Ich muss nicht... Ich muss nicht gleich mal schnell vercampen. Ich hab nur mit dir oben auf die Licht. Ja, den kann ich nicht so... Ich muss kurz Zahlen aufschreiben. Was soll zahlen? Mhm. Wichtige Zahlen. Das heißt, im Endeffekt... 2, 0, 4, 8... 1, 2, 5, 2... Und ein Biggi. Ich nehm Biggi mir anstatt Minis mit, weil ich nur ein Mini noch habe. Hey, ich kann mich nicht mitnehmen. Ja, liegt da beides drunter. Ja, liegt da beides drunter. Wie ganz ist denn das? Immer wenn ich auf Whift wechsle, dann kann ich nicht mehr richtig bauen. Was ist das? Ich höre gerade, da ging nur um Biggi. Da liegt ne Schatzkarte. Wo? Ja. Oh. Oh. Ach so. Ja, ich hab noch ein BG und wenn du willst, dann lieg ich dann mit P90 von mir. Der ist außerhalb der Sonne. Das ist außerhalb der Sonne. Aber ja, also werft die Scheiße weg. B... ...b... 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 Ach du willst ne neus äh... ... was neus sind ein Ding zu schreiben mit Delay oder? Was? Dein Titel. Willst du was neus für ne Titel schreiben oder was? Nein, nein, warte. Ich muss gut was gucken. Zwei... ... 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 das sieht doch geil aus ach suchst du grad ein neues Bild? ja ja, ich brauch etwas du könntest auch selber ein Bild machen Digga hab ich versucht, ging aber nicht klar, ein Screenshot mit Playstation Digga, so mein ich waaah oh oh, ich geh mal ganz schnell weg hier warum? ich höre da oben so einen Hamsterball och ne kann man da rausschießen? ja, mit einem Göbbler ach so, aber der tut einem nicht weh, oder? ja, der kann glaube ich schon machen, aber ich weiß jetzt nicht mehr deswegen will ich gerne mal testen Digga aber das ist interessant, wie die das gemacht haben Digga mit dieser dass man beim Laufen sieht, wo der Gegner ist ich will die Hamsterball haben, ich jag den dafür auch Digga das Hamsterball ist scheiße, glaub mir ja, da drinnen bist du sicher, oder? das kannst du kaputt ballern ich versteck mich hier hinter das ist da oben auf der Klippe, siehst du das? da oben, da oben ist er hier irgendwo ist er gerade gefahren Digga, ich hab ihn gesehen, safe der ist hier irgendwie wieder weggerollt Digga da vorne ist das Auto da hinten ist er da hinten ist er das kaputt schießen das kaputt gemacht da vorne kommt noch eins da vorne kommt eins gefahren hinterher auf hier ist noch sein mate und mir Digga ist Maximal lost ich hab ihn eingebaut ich hab ihn eingebaut oh Digga, der ist doch Maximal lost lassen wir den doch dann kill ihn ich find ihn nicht mehr danke ey, der hat noch ne neue Pum oder der hat nichts getroffen bei mir, kein Schuss ja moin er ist es halt echt harte, da vorne sind noch mal Gegner wollen wir die beiden in die Zone Digga? ich hab ihn whiffed, wir könnten die abhauen warte, ich bin mir kurz Lodi ok ich hab schon mal lohnt sie nicht, weil die werden dann alle an Zone fahren weil die Zone ist nur noch eine Minute Digga boah, wie weit die ist hm lohnt sich einfach nicht Digga unnötig zu sterben nach jedem Absicht sind die Gegner manchmal Maximal lost, Digga ja und du bist viel weiter oben über über mir als ich ja ich lande jetzt auch hier und dann fahr ich mir selber nach oben auf dem Berg oh da ist ne Upstaball ich hab noch mit der Seilbahn fahren kann ne oh da kommt zu mir was noch das wird jetzt nur das wird jetzt nur mein Kill das wird 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 mein Kill der Mauer den auch zu leben und wackel und Armin Ligil hey wie er auch die Bünderweide 1 Minim Am Schildern bei Mini und und jetzt in die G er kommt abwürdig ist ja der hat ein ja die Nummer 2 ich bin auch bei 2 ich kann keine Möge gar ich habe mit meinem Bewerber mit dem Verhältnissen ab wie die mit demjenigen Merkel und zu schalten einen Weg er kommt und er oh mein gott wohl fährt er gar nicht einer hinter uns ist auch einer ein anderer kommt mit der selber runter hier hinter meiner wand er macht jetzt auch er rennt hier rum kann ich probieren zu beweisen da keiner kommt ich habe keine er flog ich kann mir leben, dass ich dich vielleicht überein kann so weit sind die werden von irgendwo abgesiegt ich bin auch nochmal im fight ich habe mir meine helft verhoben ich habe ihn zu einem 90er hinter mir ich habe ihn 28er gegeben ich habe ihn 28er gegeben ich habe ihn mit mir ich habe mich nicht mehr ich habe ihn mit ich habe ihn mit Untertitelung des ZDF, 2020 Und wieder da, Leute! 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 Im PC. Hast du dir eine Vorlage dafür genommen, oder was? Wie Vorlage? Du willst einen Titelbildschirm haben, ne? Ja, was hinter meinem... Du hast eine Online-Stream-Vorlage geholt, wenn du Streams, ne? Nein. Hast du das eingeben, oder wie? Nein, ich habe das einfach komplett selber gemacht. Hast du einfach drüber getestet, oder was? Ja. Hast du einfach selbst geschrieben? Shit. Aha, aha, okay P, jetzt verstehe ich's, warum du es nicht reinkriegst. Warum? Du musst, äh... Du musst, äh... äh... den Umwandern darunter dann online umwandern. PDF zu J... äh... B... G. Weil wenn du es schreibst, hast du mit PDF, ne? Keine Ahnung. Ein Bild, die jetzt öfters als J... äh... BG bezeichnet. Was... oder... Was muss ich mir herunterladen? Warte, warte mal mal. Gib einfach PDF-Umwand da ein, Digga, weil du brauchst ein Bild. Du brauchst ein Bild-Format, Digga. PDF... warte, ich guck mal ob ich da was finde. Ja, ich hab hier so Bildschirmbilder. J... Ah ja, PDF in J... äh... P, G. Ja, P, G, genau so war das. Also das heißt, ein PDF... Das ist eine Datei... Die, äh... das ist eine Dokumentendatei, ne? Ja... Der PC und, äh, auch YouTube versteht das dann als Dokument. Aber wenn du das in JGB umwand... äh, in JTG umwandelst, ne? Dann ist es ein... dann wird es als Bilddokument angezeigt. Dann kannst es einfließen. Äh, mach, 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 mach erstmal Ready, das können wir gleich nochmal durchgehen. Dann kannst du auch mal dazu deinen Bruder fangen, ich glaube, der kennt sich damit auch. Was? Haben die jetzt ein, äh, Solo-Event gemacht, das sechs Tage geht? Nein. Ja, moin, Digga, sechs... Das sind keine sechs Stunden, das sind sechs Tage, Digga, was? Geil. Geil, geil, geil. Ich hab gestern einfach richtig reingeschissen, Digga, und gestern Abend war ich so müde und wollte noch ein bisschen auf Clips gehen, ne? Ja. Einen einzigen Clip, der nur eine Minikstelle 46 geht mit sieben Kills, ne? Die kann man ja nicht so hoch stellen, oder, äh, weißt du? Ja. Wir machen so eine kleine Highlight-Schiene, Digga, und ich, äh, hab einfach reingeschissen, Digga. Ich hab keinen Clip mehr, keinen vernünftigen mehr hingekriegt. Du musst auch mal ein bisschen auf Clips gehen, dann machen wir einfach ein Clip-Video. Reif drauf. Ich nehm immer, ich nehm immer jede Runde eigentlich auf, Digga. Ich nicht. Mach Playstation bei mir, mach Playstation bei mir automatisch, Digga. Weil die Fortnite aufnehmen, feier ich nicht, weil da, da hast du immer so ein Steiß-Format, dass du das nicht mehr hochladen kannst. Keine Ahnung. Ich glaub ich mach beide eine TikTok-Seite mit dem Fortnite, Digga. Nachher, Mann. Mit einzigen Clips von mir, Digga. Ja. Man sollte, man sollte einfach mal einen vernünftigen Channel erstellen, weißt du so, äh, ähm, Clips oder so. Oh, ich find meine Sachen einfach nicht. Ich beiche das 10. aus meiner 1 oder 2 ab, bis in einen Ordner, aber es ist dann nicht da. Okay, noch mehr gelandet, außer wir. Jetzt müssen wir uns erstmal auf das Game-Con-System. Ja, eigentlich schon. Oh mein Kack sieht mir aus hier rum, Alter, wie ne Verrückte. Ich ziehe den Gegner. Komm. Ich weiß. Die sind über mir auf mein Dach. Wo ist er? Ah, da. Geht's. Fleckig. Er wusste in sein Maid. Frage mich hier nicht, du bitte. Bitte bitte? Ja. Ich hab ne, ich hab ne Nichte, Digga. Geht's. Geht's gerne. Ich komm hier nicht hoch, Amanda. Bist du fett, Digga. Halt mal. Boah, schade. Boah, schade. Ich hab das jetzt so rein, Digga. Wo soll ich denn auch ein Mini geben? Digga. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Wahrscheinlich. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Wahrscheinlich. Ja, genau. Er hat mir noch einen ganz kleinen süßen Hit gegeben, Digga. Was ist das für einer? Wo ich gespielt habe? Ich bin damit hinter dir. Da vorne ist einer auf dem Container. Der springt da rum. Hast du ihn gesehen? Weiß. Der baut das Holz ab. Ich hab ihn zwei. Ich hab ihn zwei. Ich hab ihn drei 26er gegeben. Blauer. Und sogar. Er hielt sich. Lass mir den. Lass mir den, lass mir den bitte. Lass mir den bitte. Ne. Da holen wir. Och Digga, er baut sich die ganze Zeit weg. Er ist nochmal hier. Kollege, ich will nur mit dir spielen. Danke. Mann ey, der ist ein Sorgen-Sack gegangen, Digga. Er springt auch die ganze Zeit halt von mir weg, ne? Ja, ist normal. Ich hasse es, wenn Leute keine Eier um zu fighten, aber ich brauche jetzt mal eine vernünftige gepumpt. Boah, keiner hat eine Pump von denen. Haben die denn ordentlich gefarmt für mich? Nein. Und nicht mal farben konnte der Digga. Oh moin. Der Kickel, man kennt sich. Ich hasse es, warum gibt's hier keine Farms, Digga? Oder warum haben die keine Pump mitgenommen? Ja. Die? Brauchst du Leben? Was? Brauchst du Leben? Nee. Ich hab noch ein Biggie on me, ne? So, ich geh jetzt rein. Warum, Junge? Digga, ich hab falsch markiert. Moin. Ey, Junge, das ist doch so behindert. Hast du auch noch eine kleine Pump, Digga? Na, nur Tech, aber trotzdem. Ja, ich hab dir die Biggie mal markiert, der ist ungefähr. Und hier soll eine zweite Pfeffer, wenn du willst, auch eine steigende Pfeffer, wie ich hab. Warum, Moin, ich möchte auch nicht bis hinten zum Biggie laufen. Oh, kannst du noch einen Biggie mitnehmen, Digga? Hier liegt noch einer bei mir. Eigentlich kann ich keiner mehr mitnehmen. Ich hab fünf Minis dabei. Ich hab zwei Minis dabei. Ich hab zwei Minis dabei. Ich nehm immer Minis mit. Ich nehm immer Minis mit. Schock mir einfach einen, Digga, schaff drauf. Dann kannst du auch noch eine Sniper mitnehmen. Ich hab's nur eine. Ich hab's nur eine. Die Farbe? Hier. Und Lila? Ja, genau, die gleiche, ne? Yes. Mann, alt. Brrrr. Digga, wir brauchen den nächsten Gegner. Wir sollten ja einfach... Ich brauch ein bisschen Pump, Moni. Komm her. Ich hab fünf Schuss. Ich geb' ich dir mal zehn hier. Yay. Brauchst du auch FMG? Hm, FMG hab' ich gar keine. Ach so, ja moin. Kann ich mal deinen Marker wegmachen? Ja klar. Da geh' ich mir voll nah an die Karte. Da hinten ist noch ein Loot-Job, wo wir hinfliegen wollen. Vielleicht kriegen wir dann auch ordentlich Pump raus. Ach... Ach... Wer... Wer hat gesagt, dass wir da hinfliegen? Warte, ich... Ich... Du gedacht, Digga. Ich brauch mal ne Pump, oder du brauchst ne Pump. Je nachdem wer. Ich hab ne grüne Tech. Ja. Ne grüne Tech, Digga, was ist das? Hört sich da irgendwie was an nach Pumpgang an, Digga? Die grüne Pumpgang hab' ich. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Nein, lass nicht den Looter wollen. Das ist dumm. Wir fliegen einfach zum Piratending. Da ist ein Automat unten normalerweise. Ja, wenn hier nicht gefightet wurde. Das ist scheiße gar nicht. Dann, 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 dann haben wir so schon alles genug, dann, dann, dann looten die auch nen Automaten. Liegt da noch Loot? Ah ja, da liegt... Da liegt ein Schlürfer, Digga. Die haben einen Schlürfer liegen lassen. Gegner liegen hier? Ja, gerne. Hier kommt so'n Fahrzeug. So'n Kugelding. Und da sind Gegner. Hab einen, Digga. Da unten liegen noch meine 6 Minis, Digga. Aber egal. Über dir ist ein Gegner. Über dir ist ein Gegner. Ach. Neben dir. Über dir. Er da. Er macht jetzt gleich auf einen. Wie denn das? Das war nicht meine Wand. Ach so, ich dachte die ganze Zeit, das war deine. Beide so low wieder, Alter. Die Katze hat mich halt so eklig reinbekommen, weil ich, äh, SMG nachladen musste. Ich hasse diese SMG, wenn ich Muni, Digga. Das ist sonst scheiße, aber egal. Weiter. Ja, moin. Ich hab endlich mal die nächste Stufe Hybrids bekommen. Warte mal, ich muss mal nicht einmal bestätigen. Warte mal, ich brauche, ich brauche geiler raus hier. Geiler raus. Nehmen wir mal... Wie ist das mit den hier? Mann, das ist doch so scheiße. Junge, wie oft reicher ist es. Ich reicher tausendmal etwas ab. Ja. Aber es wird immer noch nicht genutzt, oder was? Ich weiß nicht. Ah, du hast auch ein Bild im Hintergrund, dann aber, ne? Nicht nur die Zeiten, ne? Doch. Du scheiße, Digga, du brauchst ein Bild, Alter. Du musst nicht nur so einen weißen Hintergrund haben mit Zeiten, Digga. Das sieht dir ja irgendwie dumm aus. Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert. So, mach mal einfach ein Bild mit deinem Handy. Dann hast du safe als Bild, Digga, das weiß ich. Ja, du brauchst einen Support der Creator, Digga. Ich weiß nicht. Irgendwie sick, Digga. Aber dir ist schon klar, dass du dadurch keine V-Bucks bekommst, ne? Ja? Äh, weiß nicht, aber trotzdem Geld. Ja, genau, genau, genau. Ey, damals haben die alle so verarscht davon, hm? Alle YouTuber haben damals gelogen, weißt du noch? Ja. Dass man 50 V-Bucks dafür pro, äh, äh, 1000 irgendwas ausgegeben und bekommt. Sogar der, sogar der vertrauliche Trimax. Alle haben da mitgemacht, Digga, weil, äh, Geld ist, äh, für Geld lügen ist das geil, ne? Natürlich. Oh, bitte, gib mir die grüne SMG, bitte, bitte, wenn's ein Gott gibt. Oh, das gibt's ein Gott. Gibst du mir den größten Fortnitiergott meiner Welt, Digga, weißt du? Ja, warum? Ich hab blaue Pump und grüne SMG. Ja, warum? Ich hab blaue Pump. Was? Ich hab blaue Pump. Die sind Gegner? So, das würd ich grad sagen. Wo sind die? Ja, moin. Wie ist die? Ein Picker. Komm mit. Oh, da oben liegen noch Minis, ne? Ich hab's noch nicht, perfekt. Hast du noch Automaten gefunden? Äh, ich denn nicht? Keine Ausbildung? Ja, hast du. Ich hab's grad bei dir gehört, die Sound. Digga, ich bin, ich bin ein Fettkopf, Digga. Ich renn einfach an, ich renn einfach an Dings vorbei. An der SCAR. Ach, Junge, kein Bock mehr. Was hab ich für was? Das sind Double Pistols, natürlich. Ey, lass mir eine Paletti, das weißt du, ne? Halt's Maul. Ne, Digga. So. Ich hab blaue Pump, grüne SMG. Und Dings. Und, äh, wie heißt der andere Busch? Und nix gar. Das meinte ich, genau das. Ich muss jetzt ne Stunde warten, bis die verdammte Datei runtergeladen ist. Was für ne Datei denn? Also umgewandelt ist zu einer PGJ oder wie auch immer's heißt. Ja, Digga, das kann lange dauern. Jetzt hab ich jetzt ne Stunde. Ich bin unten. Ich hab was für dich. Ich hab was für dich. Ich komm nach oben, Digga. Hier liegt noch ne blaue MP, Digga. Das heißt, ist besser als ne graue oder sowas, was du hast für ein Sturmgewehr. Ich hab gar kein Sturmgewehr. Hier liegt ein blaues. Hast du Rocket Money? Ähm, nein, aber ich komm gleich. Ich hol dir eben die, ich bring dir eben die Dings mit dem blaue. Hier, ich werbe die hier runter, zack. Gönn dir. Ohne, ohne Sturmgewehr. In die MP. Was von MP? Ich hab nur grünen, äh, blaue MP für dich. Oh, Digga, dein Digga. Wo ist die? Was hast du zu mir gesagt? Ne blaue MP für dich. MP hast du gesagt und dann auch Sturmgewehr noch. MP? Ich hatte selbst noch ne grüne, Digga. Warum soll ich denn ne blaue geben dann? Hui, klein Flecki. Lauf nicht über den Laptop, ja? Gute Katze. Hallo, wie geht es dir? Unten werden, unten werden die Gegner, hier werden irgendwo Gegner sein. Lecki. Besser so für dich. Also ich darf gerade holen. Und? Auf. Warum auf mich? Warum auf mich? Warum auf mich? Warum auf mich, Digga? Ja. Beide sind auf mich gegangen. Du, Paul, was genau? Ja. Auf wen geht der? Auf mich. Ja, wir sind beide auf ihn gegangen, weil wir uns auf den gleichen Gegner konzentriert haben. Ja komm, wir müssen auch erst mal ne vernünftige Runde hinkriegen. Das ist doch nicht. Mann! Die bauen auch alle direkt, Alter. Ich weiß. Da ist Fortnite, Digga, jetzt geworden. Was meinst du, warum man bauen sollte? Weil man behindert ist. Denkst du, dass ein Flächterrad auch man bauen soll? Ja. Ja. Warte mal, ich muss. Ich bin der, ob ich dieses Lass nicht in meinem Blond hat, Digga. Nein. Nein, hab ich immer noch nicht. Das ist das, Digga. Die haben mich immer verarscht, Digga. Ich muss nicht mal über den. Die sieht irgendwie viel besser aus als Elite Agenten und der Polizei Agenten auch. Nein. Das ist klar, Digga. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Das ist echt heiß. Nein. Heiß, doch da. Dieser Skin ist geil, Digga. Nein, nun, was ist denn im Paket? Oh, nichts von mir. Oh, mein V-Bugs. Wo sind meine V-Bugs? Oh, schade. Der Spurs ist nicht geil, Digga. Ich hab immer mit den Engländern mit dem ich noch so gesagt... Who is it? What is it, bro? What is it in present? Ja, ja, die haben es nicht gecheckt, die haben den Emot noch nie gesehen, der hat gesagt, keine Ahnung, der hat gesagt, keine Ahnung, der hat überrascht mich. Überrascht mich, hat er gesagt. What is the price, man? What is the price? Oh ... Die wolf mich doch alle ficken, Mario, lass mal, lass mal, Lun — Skywalker, negl, abfahrt! Trotzdem dimmjmдimmimmimm... Ach, jungen, ... das hier fast noch, scheiß, 55 minuten dauert. Darf man eigentlich auf auf disturbe appreciative hier … beim Stream annual Musik, die nicht GEMA-frei ist, oder wie das heißt? Nicht Copyright ist. Ja, genau, genau, genau. Also wenn du... Also meinst du Copyright, also zu... Äh, darf man Copyright-Musik abspielen? Nein. Doch, schon! Das Game will mich doch verarschen, ich hab nur ne Schleiferkollege. Ja, wir sind tausend Leute. Ich spring einfach auf Dompid, durchziehen! Ich guck mal, wo die Leute sind. Ich brauch auch Luft, wir gar nicht. Sie sehen uns. Ja, moin. Ich dachte, ich könnte sie mit der Pisse schicken. Ich schicke. Digga, das war ne absolut beschissene Idee. Ich hab ne alter AK, ich kann mit der AK gar nichts gucken. Da ist ja, da ist ja die Lüte-Agentin. Boah, der geht fast mit Gang-Lieb. Tschüss. Ich geh' aber sterben, Digga. Stell dich dann schick da an. Nein! Ich bin noch zu jung, um zu sterben. Nee, bist du nicht. Du bist genau im richtigen Alter. Nein. Klar. Nein! 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 Da lag ne grün, der ist auf dem LKW da vorne. Nicht den, den da hinten. Genau. Du dir die Kiste mal lieber. Und da unten müsste noch ein Lagerfeuer sein, ne? Mein See. Oh, ich krieg das Lagerfeuer. Klappe. Du Petcoff, geh doch einfach von vorne auf dem LKW drauf. Digga, das Gang gönnt ja einfach grad nicht, Digga. Gönnt nicht. Da liegt ne Sexkill. Ich wollte schon grad nehm'n. Naja. Hätt' ich denn nicht gekonnt, das hätt' ich nie gesehen, Digga. Und in den LKWs übrigens noch nicht gekonnt. Mach' los! Junge. Jetzt würd' ich zum Lagerfeuer gehen. Hinten am See. Das ist Frank, oder? Ja, müsste ein Frank sein. Nein! Lau, doch kein Digga. Weil er wusste sowieso nicht. Ne, ich dachte, das wär immer noch so ein Fake wie damals. In das hier sind wir noch Fake. Link. Ja. Jetzt geh' mal links, 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 link. Genau, da lang. Oh, müsste das Lagerfeuer sein. Am See. Müsste. Ist eigentlich immer. Gott, der ist doch kein Lagerfeuer. Oh, schade. Ja, der hat mir... Merkst du selber, ne? Oh, an. Oh, an. Oh, an. Oh, an. Warte mal, dass die Muni da auf, die hinter dir liegt. Moin, du bist dann mal Blind, Digga. Geh' auf'm See, vielleicht findest du in der Küche noch'n Bigfoot. Ei, du Müll. Hey Digga, guck mal nach rechts, guck mal bitte nach rechts. Andere Richtung, rechts! Da unten, da unten schicken Lama! Ah, siehst du's? Ah! Links, 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 links! Siehst du's? Ja, ich hab's aus dem Augenblick gesehen, ich dachte, was ist das da? Meine Augen sind aber Gold wert, Digga. Du den Chuck-Chuck. Das Ding haben wir den Chuck-Chuck. Minis kannst du danach mitnehmen. Ja, moin, er haut den Chuck-Chuck raus. Guckt jetzt genau hin. Oh mein Gott, Digga, die Animationen, alter. Guckt ihr den Inhalt an? Ja, ich weiß, die haben das schon gut gemacht. Alle. Ich geh gerade was zum Maximal Low und dann call ich den geiles Lama, Digga. Ich dachte, da vorne steht noch ein Lama, alter. Ja, ich hab die magischen Augen, Digga, ich sag's dir doch. Ich seh einfach perfekt, Digga. Kannst du erzählen, was du willst? Die Startkredita stellen wir noch ein Lama. Ja, Digga, deine Augen sind aber im Arsch, Digga. Meine Augen grenzen in nahen Engel, ein Einbott, Digga. Ja, Warlack meine ich. Lootet da noch ein bisschen. Ich guck mal wieder, ich mach ein M-Flipchen. Ja, ja. Da drinnen wurde noch nicht gelootet, nimm die Muni da vorne, ne? Nicht vergessen. Munition ist wichtig. Oh mein Gott, ich hätte gerade meine Fanta umgehauen und ich hab den Deckel verloren. Klapp den. Das ist auch schon sehr z guerre. Der Kiel auf minutes senken, wird das geschenkt. Das war's. 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 auch. Das war's. 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 war's. das war's. das war's. das war's. das war's. das war's. war's. das 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 war's. so. das war's. 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 das 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 war's. war's. das 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 war's. war's. das war's. das war's. das war's. das war's. Ja vielleicht? Ok Bixby Hi Bixby meine ich Hi Bixby Ey jetzt schütte du böse auf mich Sag mal ja, das war ich ok Vielleicht hab ich wegen Google digga Hi Bixby Digga Hi Bixby Jetzt ist es da Digga Endlich Dankeschön Bixby So Öffne Youtube Was muss ich jetzt gucken? Ich guck mir mal ne Erklärung, was du willst filmen an Wo man das machen kann Machst du äh, oder ein Youtube Video glaub ich mal im Vorhinein Ich weiß es aber nicht Die Flugzahn-Sounds sind eigentlich auch nicht mehr so laut, ne? Fällt mir kaum auf Nee Das gefällt mir Keine runterfliegen Oh mein Gott da liegt ne Pump Und keiner sieht sie Und die Cat fliegt Oh das war ne Piste Deswegen hat sie keine Ok Nein Die Die Hier Jetzt geht auf Deine Nein, über mir ist einer, Digga, ich bin rote gesprungen, ich bin echt gut. Na ernst? Ja, der war da, ich komme jetzt wieder hoch, ich bin außerdem vorbeigesprungen und ich habe nicht geschossen. Da ist er irgendwo. Der hat auf jeden Fall Minis drinne. Ich habe ihn gesehen. Digga, er hat one-hit. Er hat eine gute, klar. Guck, sowas macht er mal wieder komplett. Und er hat eine blaue Palm, woher hast du die jetzt denn wieder? Äh, gefunden. Ja, ich hatte eine graue Tactical und eine grüne. Oh, da drinne lag eine grüne Palm. Ja, moin. Der hätte einfach mal reingehen. Digga, ich hasse mein Leben wieder. Digga, aufs Palm zu gehen, wenn ich auch gesagt. Jetzt sage ich mal das Lieblingswort von, äh, Dropassnern im SMG. Und da kommt einer. Da oben! Nein! Digga, spring! Laser! Er hat eine goldene Palm. Alles klar. Oh, der trifft einfach nichts. Da liegt noch eine grüne FMV. Ah, Digga! Ja, du hast ja auch nichts gesagt, dass du Blue-Life hast, ne? Was? Warum hast du denn für mich nichts gesagt, dass du Blue-Life hast, Digga? Weil du unten warst. Digga. Der ist oben, pass auf, der wirft jetzt Dynamit rein, geh raus da. Komplett raus. Der ist hinter dir, pass auf. Der ist noch hinter dir. Hinter dir irgendwo. Der ist unten drinne. Der hat gerade die Paletti sammeln. Komm jetzt an der Seite hoch. Ah. Die ist dann da raus. Laser! Wer ist der Beste? Hä? Ich sag auch, wer ist der Beste. Ah, ja! In Headshot 110er, ne? Oh, ich... Was war's, Digga? Oh, mein Gott. Oh, was für Huren, Söhne! Wie viele Minuten? Noch 31 Minuten. Wir wollten mich doch faken. Noch 31 Minuten. Ach, ja! Genau, jetzt wem' mir grad noch was auf. Och ne, ich bin jetzt gekoppelt, Digga, ja moin. Ich bin jetzt an mein Headset gekoppelt. Ich hab mir richtig gehofft, ey, ich hab... Ich bin an meiner Ladeversorgung aber festgebunden, wenn mein Headset leer ist. Ha! Ja, Digga, ist ja egal. Ich bin ein richtig talentierter Zweigler, Digga, ist nicht so aufgefallen. Nein, ich bin eigentlich schon immer ein talentierter Zweigler gewesen. Ähm, ja. So wie zu mir. Und jetzt zu dir. Wie geht's dir heute, Jeff? Wie geht's dir, Jeff? Jeff, hallo. Ja, was? Was für Jeff? Ja, du hast doch gesagt, das ist Jeff. Nein. Immer noch Julien. Julien und Jeff, das hört sich doch genauso an. Ich weiß, dass du ihn sehen hast, aber... Ich wollte ihn nur ein bisschen aufbringen, Digga, warte mal. Doch. Ich war immer gängig, ich war so sauer, Mann, Alter. Wo ist Bimbo? Du bist ein Juli, Alter. Und was? Juli. Also. Das sage ich jetzt nicht im Chat, wo ich das Wort habe, das sage ich jetzt nicht. Äh, in Lesslie meine ich. So. Ich habe meinen Platz jetzt wirklich sauber gemacht. Du, 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 du. Das muss ich gleich machen. Meine nach der Runde ist fertig. Hi, Bixby. Hört ihr das? Ne, schade. Hast du Bixby überhaupt an? Nein. Ich wollte das zu deiner sagen, aber die hört das ja nicht. Warte. Ich höre nicht auf mein Bett. Mein Bett ist bei... Hi, Bixby. Digga, ich habe ein Headset auf Video und so. Mach es aus. Ne, ich habe ein Headset auf. Ach, nur Fegeln. Ne, das ist meiner. Hey, ich habe den 6 Damage gemacht. Hey, hier ist einer mit dem Papa an mir. Ich hole ihn dir. Oh mein Gott, ist er, der ist süß. Hast du mich vielleicht geweisen? Der ist gar nicht wie süß, der richtig ist. Oh, helf mir. Ich wollte ihn healen. Ich wollte ihn healen lassen, ne? Ja, der ist direkt auf dich gegangen. Sag ich doch, ehrlich. Warten ohne Ehrenmann. Ich bin die Papp, ne? Und die Mini. Ich bin die Papp, ne? Ich bin die Papp, ne? Nein, der hat ja mal. Er gönnt sich halt einfach alles. Danke. Auch kein Bock mehr. Ja, da, wo die Mini sind. Da, wo die Mini sind. Ohne blaue Papp. Ja, gönn mal, Digga. Du hast ne neue. Ich hab Kappa gesagt. Ich hab's nicht gehört, Digga. Ja, jetzt Kappa. Ich hab ihn nicht gehört. Kappa. Hab ich immer noch nicht gehört, Digga. Ich glaube, du bist zu leise. Kappa! Was für Papa? Oh, Junge, halt die Fresse. Meine Glitter. Nein. Meine Schatzkarte! Die geht in diese Richtung. Genau in diese Zone. Wollen wir diesmal auf... Dann lass du mit dem Geysir gehen, bitte. Die geht in diese Zone. Ja, aber du kannst in der Richtung... Ja, aber du kannst auf einem Fliegen mit dem Geysir kannst du sehen, wo der Schatz ist, übrigens. Bisher ging das noch, aber ich weiß nicht. Vielleicht ist er noch in der Zone perfekt. Ist er auch. Der ist hier ungefähr. Der ist dieser hier. Ja ok, dann lass den schnell holen. Wenn er eine neue Pumpsone ist, dann nehm ich mir auch eine. Wo ist er? Oh, hier ist er auf dem Berg. Ja moin, dann lass mal Kanonenspot gehen. Och Junge, dein Ernst. Da Digga. Wo war das? Boah Digga, können wir mal bitte. Was denn? Nix, warte kurz, ich komme. Ist er dann noch? Oh ne, da ist kein Automat, leider. Hallo, komm. Ja, ich komme doch schon. Ich gönne mir gerade nur noch die ganze Muni, die hier rumliegt und alles. Und hier ist auch noch eine Kiste, also du kannst dich schon mal vorschliefen in deiner Nacht. Oder warte mal. Lass mich zuerst kurz nachgehen, dann weißt du ungefähr wohin ich bin. Weil sonst fliege ich wieder falsch Digga, das passiert mir ja einfach. Fliehst du mich am besten mal weg Digga, das ist alles besser. Wo muss ich hin? Oder ich fliege als erstes. Ja, ungefähr da. Ja, ne, ich bin unten, unten am Berg. Ich weiß. Ich bin gar nicht auf dem Berg. Er ist oben. Ich bin gar nicht auf dem Berg. Schieß dich doch. Ja, Junge, wie? Okay. Also es war die richtige Entscheidung, mit Kursieren. Tustys Riesenbau-Fight. Tustys Riesenbau-Fight. Enttildet. Enttildet. Ich wollte gerade sagen, enttildet. Enttildet sind auch noch Fights. Probe die einfach bei mir hoch zu. Ja, 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 bau weiter noch ein Stück. Nee, zieh dich einfach hoch. Wir sind hier in Tofty Towers, Digga. Wo ist er? Hast du Wohmetsch? Ja, ja, ich hab Metsch. Auf die, Olga. Oh, ne Pump. Die nehm ich gerne. Was für Unverständlichkeit ist er gar nicht? Nein. Hey, Junge, er bekommt alle Mets. Wart nun, Ehrenmann. Ich hab's auch, er bekommt alle Mets, ich bekomm gar nichts. Gib mal kurz bitte etwas. Ich hab weniger Perlen zu, ja? Ehrenmann ist da. Ja, warte kurz. Ja, der Ehrenmann kommt jetzt raus. Geh, Metschigen. Und, äh, hier. Oh, jetzt hab ich sechs Minis. Für fünf Papier? Er schweißt du auch. Jo, 100, 42 Mets hab ich insgesamt. Hast du auch ne R? Ja. Das gar meine ich? Ja. Na gut. Boah, diese Tarnung an, wie geil die auch. Meine die auch geil aus. Ja, das ist wie Standard-Tarnung oder das ist wie Holz-Tarnung. Holz-Tarnung. Ja, moin. Jump. Ich hab'n Jump-Head, ne? Wo willst du denn hin Jump-Headen? Ich hab'n hier hoch. Ich wollte ihn nur fangen, weil's nicht ist. Versau' mir den Edit, Digga. Versau' ich mir auch richtig. Ja, Digga, steh' drinnen. Und ich fall' durch, du fett Guck. Steh' ich drinnen? Ja, genau. Ja, bau auf die Scheiße. Komm. Warte hier, die zieht dich kurz. Komm, du springst. Ich mach' du. Warte, ich mach' auf hier. Komm' hier hin. Er springt. Jetzt. So. So funktioniert das auch. Ach, Digga, du bist ein Idiot. Ach, Mann, Digga. Da machen wir es so, zack. Ich will nicht meine ganzen Messe bauen, beeide ich jetzt. Oh, die Scheiße. Dann fliegen wir irgendwo hin. Oder waren wir noch auf dem Zone warten? Ach, da ist noch ein Jump-Head. Warte, ich komme. Ich muss noch einmal drauf, sonst kommen wir nicht. Ich schieb vom Berg. Warum denn? Ist er schon tot? Ja. Ach, Digga. Das war einer. Ich hab' gehofft, dass es ne zwei, Digga. Ich kann noch ein Medikas mitnehmen. Och, ne blaue ist sie, Digga. Die sieht das aus. echt lecker aus die kann ich mir auf jeden Digga auch Digga, soll ich eine blaue Pumpe, denn hier liegt noch eine Skane, das leckt gar, ne? soll ich mir noch eine blaue F&B mitnehmen, oder? brauchst du Minis? ich hab drei Stück jetzt nur mit hier, komm her, komm her ich hab nochmal drei, ich hab nämlich sechs jetzt hab ich sechs Stück mit von hinten wurde geschossen wirklich von hinten? ja, von der Seite, guck, pass auf, die bauen da doch ich hab nochmal eine goldene Variante genommen oh, da kommt schon wieder einer mit einem Hamsterball von da da rollt er bei der Tankstelle er ist ausgestiegen, er will uns von hinten eingreifen wirklich ausgestiegen wurde angehalten hier ist irgendwo das Hamsterball ja, der ist weggerollt da vorne rollt er doch ne, der rollt da hinten ja, ja na dann lass uns erst auf die hier hinten fokussen die wollen nämlich in die Zone und wir können die abfangen ah, die looten mal uns, die looten mal uns ah, die looten mal uns ah, die looten mal uns ich hab fünf Jumppads, diga, wollen wir durchziehen komm, wir ziehen durch zieh durch zieh durch neben diesen Jumppads oh, ich brauche noch eins auf einfach auf Ehre ich verkennt mich jetzt hier ich hab fünf Stück dabei hey, die ballern runter, Junge lass uns doch irgendwo verkennen besser hey, ich geh auf den Berg, diga weil ich mich zielen muss oh, nein, 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 ich wollte gerade ein Medikit nehmen komm mal her da unten ist irgendwo das Hamsterball voll 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 in Ernst? ja, erstmal einmaun, diga, ganz in Ruhe oh ne, die kommen ach, wie soll denn die voll 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 haut zwei Och дв sandwiches und jetzt vorn ne! und ganz ne! ab einem one hit war sie haben ganz gut einfach weg komm bitte zu mir ich finde ich ich habe nur noch ein 110er mitgegeben ok man wie wir leben naja moin einer hatte 68 der andere hatte 102 der eine hat ja warte ich komme jetzt wieder ne ja 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 activist schreiben die dass die die oder über wir 1 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018